gut ich muss ein paket abholen wurde letzte vor weihnachten hoffe ich doch ja ist ja hoffentlich das letzte vor weihnachten du weißt gar nicht was es ist da vielleicht das ist ja eine überraschung ich weiß nicht totaler terror ich bin hier das ist gar nicht zimmer luki ich habe alles ich habe alles auf bahn auf die gute bahn ist ein kleiner tobtuchsanfall am morgen wegen wichtigkeiten arbeit ist ja immer so ist immer uns kommt nichtig vor für die ist es ganz wichtig gerade gut ihr kurz paket das würde die leute zu sehen sein irgendwer doch geschehen dass für wolle paket ankommt ich muss sich runterschmeißen aber du bist so schlapp oder die zimmer zeigte machen mit die habe ich nicht gefunden also doch genau ja dann überbringt man eben wolle wird er sich aber freuen mal ich sagst du so eine pipette was du hast getrunken überhaupt ja genau hast du jetzt einmal so voll mit wasser das ist ja eine sterbe ist ja schon ganz warm oder also flüssig köln weiter genau fein fein das ist ja schön der bruch war aber jederzeit wieder also gleich machen gleich überseite packen das müssen wir jetzt so die pakete sind gar nicht für mich sondern sind für wolfgang oder das paket aber es sind zwei pakete und vielleicht wenn ich die voneinander dann hat er zweimal was zum auspacken gewesen na ob sie die sind nicht so geworfen worden genau dann kriegt wohl dann zwei mal ein paket hast du aber gar nichts hör auf du bist jetzt auch gestochen naja 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 bitteschön schön ich dann mal wenn ich die klinker die äh die klingel die klingel äh also ey gib mal das war mal wer schuld die tüte ja jetzt hätten wir mal die scharfen könnten man suchtest du empfänger jetzt sich die bäckertüte ins auge gedrückt und auch nicht wie trottel ich manchmal es war bei der bewegung und klagt und erledigt ich bring mal kurz wolfgang seine pakete kommen auch wieder ja ich komme auch wieder ich bring dir weihnachtsschenke da muss man aufmachen muss man mal hinlassen ach so was sind wir schon quatsch morgen für mich nie ja weihnachtsschenke für dich quatsch muss auspacken ich bin selber nicht was drin ist ein bruder richtig schicken für dich halt quatsch ja ich möchte sich die leute so nervös wir sind ja nervös wir gucken mal wo oben und unten ist hier auf das hier dvds dazu wir sind nicht genau da muss man gucken was das wahrscheinlich mal gesagt dass die musik ja ja vielleicht ist aber bei für mich hat da ich schon mal bei für mich klar weil wenn kriegt die schenke ja ich bin ja so ja komm ich guck mal ja kenn ich auch was ist und sohn Nee, kenne ich auch nix. Golder Europa, 97. Kenn ich, wenn man die... Kellyfamilie, ja. Alle alte Dinger. 97. Die ganze CD-Sammlung geschenkt bekommen hast du. Die kenne ich die du? Nee, aber er kennt dich. Die kennen dich doch alle. Nee. Ich, ich sag, ja, ich sag, ja. Ich bin, ich bin... Du bist ein Star. Mallorca jetzt. Mallorca jetzt. Mallorca jetzt. Ich bin ein Star. Du bist ein Star. Ich sag, ja. Ich sag, ja. The Spirit of Black and White. Wolfgang, ey, kannst du ja hören, bis der Arzt kommt. Ich, ja, ich sag, ja. Ich weiß ja nicht, was drin war. Ich find das ja gut. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Country Boys. Fernando Express. Ich kenn das nicht mehr. Fernando Express, das ist ja gut. Die sind jetzt neu. Das kennst du? Ja, ja, die sind ja, die sind ja, die sind ja oft da. Bitte? Ja, ja, Fernando, die sind ja, die sind ja ganz neu, ja. Ace of Base, naja, das ist wahrscheinlich für Wolfgang auch zu modern, aber musst du mal hören. CD hast du doch CD-Spieler? CD-Spieler, ja, da oben drin, ja. Hast du? CD, ja, ja, ja. Nicht, dass du sowas ja nicht hast. Ne, ne, da hab ich eingebaut. Na, hier. Was? Arsch, super Hits. Oh Gott. Bernd Klüver. Alter, ja. Die Grenze? Der nicht hoch, ja. Der lebt ja nicht, der lebt ja nicht mehr. Ach echt? Ja, von denen ist du's. DJ Boro, DJ Boro. Und ich kann sie wieder für je nach ihr oder was. Das musst du entscheiden, was du damit machst. Die sind für dich, die hat jemand an dich geschenkt. Die riesen Ohl, die. Dann hat der Post. Papast. Papast, ja. Das du siehst ja. Hahaha. Also hier ist drin. Das ist Gabi. 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 Baginski. Baginski. Ja, die Kelk Ohl noch, Alter. Ja, ja, die Kelk Ohl noch. Und. Das ist ja gerade mal eh. Da hast du mal wieder einen Karton wieder mit drin. Warte mal, ey. Warte mal gucken hier. Warte mal sehen, wir wollen uns mal zubauen. Hahaha. Ich bin noch ganz gekannt, der Hund in der Straße, wa? Das ist schon eine Straße, am ganzen Land. Am ganzen Land. Na, weißt du, wo das herkommt? Ne. Wo kommt das her? Aus... Das kenn ich nicht. Ich bin nicht in Berlin. Ach, der kann jetzt... Wiss der, der kann ich mal wissen, der will die Rennfahrer. Der mit dem Motorrad mal hier war. Ach, ne. Ne, ne. Der nicht. Ne, ne. Ne, ne. Das ist ein anderer. Der ist ein anderer. Der Cardigans. Witzig. 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 Volkern. Kipton. Jack. RNG. Kenn ich nicht. Was das alt mal gekostet hat, wa? 12 Mark. 49. Ja, ja, ja. Das sind alle. Das sind alle. Das sind alle. Mitlof. Hier. Teddy Parker. Teddy Parker. Ja, ja, ja. Den kennst du. Was machst du jetzt damit? Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja sprachlos. Was machst du? Ich wüsste ja nicht, wie man dem bedanken kann. Man steht ja mindestens 100 CDs. Ja, 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 ja. Ich wüsste ja nicht, wie man dem bedanken kann. Ich wüsste ja nicht mehr an den, ja. Na, ich kann eben nicht auf alle Fälle. Jetzt hier kannst du ihm danken. In die Kamera. Ja, ja, ja. Wie der heißt. Ähm. Dieter. Vielen Dank, Dieter, für die schönen CDs. Alles, ja. Ja. Der Wolfgang guckt mal, ob er sich da ein paar überspielt oder macht oder tut. Da ist natürlich auch viel bei, was nicht so Wolfgangs-Generation ist. Ja, ne, ne, das ist mir schon klar. Ja, ja, ja. Aber, der Wolfgang ist ja eine wilde Tanzsau. Der kann auf alle tanzen. Ich war auf alle Fälle eine große Feuerwehr. Ich hab mal gewundert. Ich dachte, heute ein Paket von der Post. Heike abgeholt bei Britzke. Heike abgeholt? 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 Das ist ein Weihnachtspaket. Wollen? Was? Wollen wir nachsisch schenken? Ah Papa, von Dieter, von Dieter. Känne wüsste nicht, wer Dieter ist? Ja, das wird sie noch klären. Der Dieter. Das packen wir erstmal alles wieder ein? Ja. Dauern, wollen wir gleich und holen. das ist wohl ganz reich hier jetzt wohl fernst du nur nur hörgut hat er hier jetzt ist doch mein fernseher kaputt war kein programm das ist hier für den fernseher einstellen ja nur roten knopf links drücken sonst nichts ist für einen ausschalten sonst jetzt muss ich jetzt das heißt dann kein signal jetzt muss ich den receiver einstellen oder hast du was anderes gedrückt das geht ja nicht nur hier über den receiver das ist ja sicher hat ja mein jahr nach bei macht so kein signal das muss ich dann machen wir einstellen und kann ich nur den machen das ist dann was mich so was mich darum ist sowieso so was mich darum ist sowieso so wie du musst den jetzt einstellen ja aber da muss ja im menü kommen ich hab da irgendwo ich hab auf den und den fernseher kommt halt halt hier hier muss ich das versteht schon und ich hab aus versehen hab ich den gedrückt hier hat ja ich durfte gar nichts machen da haben wir alles weg und der zeigte kein signal naja klar er hat alles gemeint wo bist du denn angeschlossen das ist gar nichts es geht ach du bist du mal ja warte mal lass mal das lass mal nicht immer weg nicht immer weg nicht immer weg nicht immer weg bitte aber ich weiß ja nicht wie das jetzt sieht das bild des matrosenprinzen setzte sich in den köpfen fest ja nur hier hoch runter ja ich hab ja hier alle weiter ich hab ja hier gemacht ja so das sieht hoch wahrscheinlich ja ja jetzt hab ich da hast du ja alles wieder den frutfesten Pulpfer tu mal komm mal hier wie du sein tu mal ich will ich will ich will ich darf das nicht machen weil ich hier aus da hier darfst du nicht darf ich nicht machen aus da mach ich aus und hier mach ich dann an wenn ich dann mach ich meine so der runterklappt muss dann an ja so und hier stelle ich dann bloß wie gesagt schon musst du leise machen ne lass mal so lass mal so bisschen lauter lauter? ja ja so und ha 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 guck mal wie sieht das und ja und beim h der fernseher ist wichtig er ist ja wichtig er ist ja wichtig nur ton aus da ist doch schön wunderbar schön dass ich dir helfen konnte also fernseh gucken auch mal musik hören also jetzt an den roten knopf hier oben aber nicht nur jetzt sind wir da und der wir alle das scheiße auch besucht besucht ich will dann den drückende blasen und dann hat angst das war das ist das ist so ich bin ja ich bin der totale leier mein sohn kommt der wisst bescheid er ist immer mit freunden unterwegs die so die zeit mehr am 27 machen der wird 20 und der will nicht machen und wenn man was für ihn macht naja das ist ja nicht richtig er hat ja schon was vor der mit mit seinen kumpels ich weiß ohne das ist so ein bisschen anders wird es da ich finde wie soll ich sagen findet nicht so gut auf jeden Fall schönste Weihnachten kommt er jetzt vorbei und dann quatschen wir noch mal mit ihm was machen wie wir das nun machen meine Jacke nicht vergessen natürlich nicht jetzt ist mir wieder gut ich meinst du ein Geschenk hast du bekommen siehst du ich hab 30 Geschenke gekriegt das ist doch schön ich hab den Gutschein gekriegt ich hab den Gutschein gekriegt meine Cousine jelte gekriegt da jelte gekriegt mein Bruder jelte gekriegt das darfst du ja eigentlich sagen die Mutter hat alles noch angerechnet am Ende weil sind die ohne so die ollen Ämter oder so ja nein nein da braucht ja durch andere ich denke da braucht nicht jetzt privat sagen wir mal wenn du mir jetzt 100 200 Euro schenkst nur mal Beispiel du brauchst nicht alle meine Ämter ne ach das braucht nicht ich brauch nur 30 ich brauch ja nicht allen weil meine Rente ist ja unter 1000 Euro ja das ist das ist ja tun wir als wenn ich dir oberen helfen kann nur mal sagen ich helfe dir gerne ja kein Problem sag ich dir Bescheid aber ich hab im Moment so viel zu tun also privat so viel zu tun ich hab da ja keine Zeit für euch einen Schlüssel bei ihr habt Herr Wolfgang, schön Herr Wolfgang, kann man mal dein Fenster von der anderen Seite sehen eigentlich wie? und da? dein Fenster, wo du mal rausguckst ja, so hier ja, zeig doch mal deine Position wo du mal das ist doch da das ist das Badestimmer das ist ein legendäle Wollefenster ich muss mal gucken wenn ihr mal wissen wollt wie eine abgenutzte Bank aussieht hier wo man sich immer abstützt schon seit wieviel Jahren? ja, da da guck ich immer raus ey, ey moin ey, moin ey, ey ich glaub es nicht also nicht, dass ich wollte auch mal die Position einnehmen hier war ja lustig hast du die Toilette verstoffen? ja, ich wollte mal sehen, wie das von innen aussieht wenn man seit 40, 50 Jahren hier sich abstützt aber es ist okay es funktioniert es ist okay, ja gar nicht runtergezogen ey, komm, ey, komm gleich raus die Situation jetzt hier so in Beschreibung zum Wetter was ist das jetzt? das ist Regen äh, Alexander Alexander das nennt man Regen ja, die Franzosen haben diese Sport davon äh, rein äh, rein äh, wie haben die bei soem Wetter bestimmt davon nachher wieso, was machst du denn jetzt? Bullspielen? das tut es alle ich war einfach so laief denn achaha 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 ist ja nur eine Husche, oder? still ist ohne Husche, ja das bleibt jetzt bis Weihnachten so sehen wir uns denn sehen wir uns denn morgen? ähm, naja wenn wir nicht blind werden auf jeden Fall aber wir sind Nimm mal einen Riolier. Die Brüder, die kommen am ersten Tag, dann machst du den jetzt. Ich bin Wolfram, ich mach Ersatz, Wolfram. Aber den geht's hier. Der hat gerade noch die Eva. Ich schick ihn mal raus. Warte mal. Wolfram, geh mal ins Fenster, du hast Besuch. Wolfram, ich verabschiede mich, ich bin gleich draußen, ja? Ja, warte, Moment. Nein. Ja, bitte. Ich dachte, du bist so vereist oder so. Vereist? Vereist, ja, vereist auch. Ich soll sagen, er kommt gleich. Warte, wohin denn? Er muss vor Aufregung jetzt pinkeln. Call on camera, ja? Call on camera, ja, nicht so pinkeln, aber... Das ist doch noch ne Rusche hier. War der fast so Regenradar, oder? Der hätte noch vorher machen sollen, wenn er vielleicht einfach 5 Minuten warten können, dann... Abonniert. Na, warte, nimmst du dann? Dann wird's übel, ja. Weck wieder hoch, Mann. Waffenkontrolle, musst du da hier... Alle abschicken. Das ist ja ruhig. Ja, das ist ein schöner Götter. Könnte zusammen die Sonne erscheinen, ne? Eigentlich so. Na gut, ich hab mein Geschenk abgeliefert. Na ja, über YouTube wurde mir was geschickt von so einem YouTube-Fan für Wolfgang. Ja. Ja. Na warte, Wolfgang, wie viele CDs? Über 100 CDs? Über 100 CDs hat die Küche. Das ist nicht wahr, oder? Ja. Und jetzt hast du die Schlager an der Woche. Ein paar Schlager sind dabei, aber nicht viele. Meistens so 90er Jahre... Bergheim, Berg. Bergheim, 90er. Na, ich muss zurück. Hallo, Wolfgang, schönen guten Tag. Danke. Danke schön erstmal. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Bis morgen. Bis morgen. Ja? Na, also... Wie gesagt, wir haben auch Besuch, wir müssen uns koordinieren. Na, dann koordiniert mal. Da wart ihr ja genau neben unsere Arbeitsstelle einkaufen. Kommt doch mal vorbei. Ja, wo denn? Ja, bei Penny. Mami? Ja, ich wüsste schon. Mami? Ja, du hattest ja schon Verdacht. Ich hab, ich hab das schon gedacht mir. Aber, Penny, guck doch mal vorbei, kommen wir noch nicht. So, ja, 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 was geht denn hier? Und, äh, ich hätte ja noch mal die Fingerabdrücke abgeben. Ja, ich durfte mir seine Fensterbank angucken. Mal. Ich hab gesagt, du möchtest die legaläre Wolle, Fensterbank mal von innen sehen. Ach so. Wie das aussieht. Wo er einfach sitzt. Ja, und dann hab ich mich rausgeguckt, Fenster aufgemacht. Und gleich raus. Hey! Und Alex stand dazu für dich. Hör, was du noch? Ich muss kreativ sein. Ich hab meinen Polo auch gehört. Sie haben gesagt, pass auf, sonst zeig ich euch meinen Polo. Von innen. Von innen. Da war ja auch ein riesen Geschrei im Bett. Weißt du, was eigentlich passiert war? Bei wem? Anouk hat gestänkert. Lumen hat sie danach getreten. Anouk hat gegengeschlagen und dabei aus Versehen gegen Skadi geschubst. Sodass Lumen Skadi ins Gesicht getreten hat. Skadi hat gebrüllt. Lumen hat nicht getragen, äh, getreten. War sie aber eigentlich gar nicht. Ich wollte sie ja anouk treten, aber Anouk hatte sie ja geschubst. Oh Mann. Oh Mann. Ey, was für ein Schatz. Mhm. Kannst du was sagen, dass die Zimmer aufbauen? Äh, es ist... Nein! Papa! Ich bin mein ganzes Zimmer bei dir! Ja! Und wir werden jetzt ein Zimmer aufbauen. Oh mein Gott! Ich will jetzt ein Zimmer umbauen. Es ist so schön. Ich hab heute damit enorme Probleme, mich irgendwie zu kriegen. Ja, fantastisch. Einen Tag vor Weihnachten, die Bude sieht aus wie die Hölle. Sonst kriegt Papa die Krise. Ja. Und die kann ich selber nachher verladen. Nur Kinder, die auch für räumte Zimmer haben, bekommen schöne Socken. Nein! 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 Ja, ich nagel hier gerade die elektrische Leitung fest. Verlegelt gerade. Ich hab die Lampe angebracht. Für den Kaufmannsladen. Darf ich keiner wissen. Ich geh also nehmen an. Wenn die Lampe hier hängt, das wird dem ja nicht auffallen. Auch mit dem allem zusammen. Das stimmt. Mal schauen. Perfekt! Das ist die Ecke denn. Das tut hier noch, das Puzzle muss jetzt. Jetzt sind wir noch hier rum. Guckt euch das mal an. Das ist ja Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Es war alles aufgeräumt, falls ihr euch entsinnt. Aber na ja, so ist jetzt seit Jahren hier. Das wird heute neu gemacht. Die ganzen Tag lang aufgeräumt, 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 jeden Tag nur noch aufgeräumt. Total langweilig. Passiert ja auch nicht mehr hier. Die Lampe hängt. Willst du mal gucken? Ja. Ich brauche nämlich Bestätigung. Und deswegen sage ich immer zu meiner Frau, ich will mal gucken. Sie ist dann immer so ein bisschen nachgegeben. Aber als Mann braucht man ja auch Bestätigung kurz mal, dass er auf die Schulter fassen sagt. Das sieht doch schön aus. Oder irgend so was kommt denn von dir? Und da freue ich mich dann. Jetzt warte ich auf mein Lob. Ich habe ihn so flott. Du bist so schmerz. Du bist so schmerz. Lop. 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 Campих. Geht sie auch? Ist schon an. Du musst auf die Schulter klopfen sagen, hast du gut gemacht. Ja, sieht es wahr schön aus. Aber ... Das sieht so aus. Ist nur ambient. Musst du auch ausmachen. 25 watt soll mit sein zu denken ich war einfach an und es leuchtet so sieht man gar nichts war voll schwach ich muss eine andere lampen schraubt sieht schon größer aus bulgiger aber die leuchtet immer die leuchtet immer die ist immer an die ist nicht immer an aber ich habe jetzt erst mal so gemacht dass der stecker da hinten ist also ich habe die umgedreht nicht das war ja 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 liebe leute es ist ja richtig angenehm bei der drüben dem chaos zu entfliehen die muni rollwurf und der papi schraubt jetzt hier noch das letzte geschenk zusammen nämlich das pferd verteilt pferd das ist der letzte gut heute sind für ein pferd von welcher firma von firma knurrtoys standpferd die nummer 4077 so montieren muss man mit hilfe von diesem t-schlüssel und diesen zwei schrauben das scheint jetzt nicht wirklich schwierig wenn man natürlich jetzt hier wissen wo wir die schrauben reinstecken müssen also ich schaue mal nach okay zuerst wollen wir das hier reinstecken okay den haben wir schief ist es das ding ist schief drin das ist also diese wunderschöne standpferd also man steckt mit dem kopf einfach in die zwei führung schicken und dann muss man ja nur noch festschrauben jetzt muss ich mal gucken da war irgendwo abgebildet wo okay das fühlt sich hier so an und hier vorne soll unten reißverschluss sein hier ist kein reißverschluss hier ist nur ein kleines loch ich glaube man muss es da reinstecken hier drauf abgebildet ist noch so eine art klettverschluss oder so aber das ist hier nicht also ich fühle hier keinen klettverschluss also hier fühle ich eine vertiefung klar da muss es ja offensichtlich auch rein aber hier ist kein klettverschluss oder so was das ist einfach nur ja genau genau so na gucken wir mal jetzt so klappt jetzt wird jetzt fest die schraubende Fahrt noch einmal wow und schon ist das Pferd einsatzbereit fantastisch das ging ja relativ simpel auch wohl wie gesagt diese beschreibung mit diesen zwei laschen die stimmt halt nicht diese zwei laschen die hier abgebildet sind hier vorne einmal da hinten einmal die existieren halt ganz simpel existiert nicht bei diesem Pferd warum auch immer so fertig dann kann Weihnachten kommen Geschenke sind alle da Geschenke sind alle aufgebaut jetzt fertig mal gucken ob jetzt gerade gefällt oder ob sie Angst hat oder so ist ja so instabil das war ein Riesenteil ey naja die Mutti wird schon wissen was er macht so jetzt sehen wir rüber verabschieden wir uns für heute wir räumen noch ein bisschen auf das ist ja langweilig den Bruch nicht zeigen und dann sehen wir uns morgen Weihnachten vielleicht nochmal wieder also machte dich gut wir sehen uns bis dann ciao euer Tommi